Jetzt. Alles okay? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wo ist die Moschee hier? Da? Ich hab ein paar Geschenke für euch hier. DVDs, wenn ihr wollt. Ja, zu verteilen, wenn ihr Bekannte habt und so. Das ist vor allen Dingen für Muslime. Wie bekommt man ein gutes Herz? Weil alle sagen, ja, ich hab ein gutes Herz. Und das ist auch so. Ich bete nicht. Ich bete nicht. Ich mache nichts. Hier haben wir auch so Sachen. Dann haben wir hier so ein paar Sachen. Können den Muslimen geben, inshallah. Assalamu alaikum, Bruder. Alles okay? Mashallah. Mashallah. Wann gibt's nichts für Predigen? Warte, ich muss mal gucken. Wir sind jeden Tag am Predigen. Guck mal, wir haben hier sowas. Entschuldigung. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir haben hier was über Jesu Maria. Habt ihr noch Bücher da, Bruder? Ein bisschen. Wir haben nicht mehr so viel. Englisch. Englisch haben wir. Hast du nichts mehr auf Deutsch? Bücher? Ah, das sind Bücher. Da? Ja, hier. Mashallah, was ist das hier? Ein kleiner Imbiss. Voll die Gänge, ey. Muscht mich nachnehmen hier. Wo kommt der her, Bruder? Marokko. Nee, ich meine, ursprünglich so. Marokko. Marokko. Also gemischte Truppe. Mashallah, Mashallah. Cool. Bismillah. Mach's gut. Assalamu alaikum. Wir gehen zum Moshe, Bruder. Mach's gut. Assalamu alaikum. Ich weiß nicht, wir wollen heute Abend wieder nach Hause fahren. Ja. Ich weiß nicht, wir wollten was essen nach Maghreb. Bruder, Bruder, laden euch hier zum Essen ein. Ja, Bruder, Problem ist, wir sind schon eingeladen und wir sind am Fasten. Weißt du? Was sind jetzt die letzten, weil diese neun Tage müsst ihr nutzen, Leute. Heute ist erster Sulhijjah. Vor allen Dingen der neunte. Yom al-Arafah. Wer nicht in Arafah ist, fastet, kriegt die Sünden vom Vergangenen und vom kommenden Jahr vergeben. Aber das heißt natürlich nicht mit der Absicht, oh gut, alles klar, fast nicht den Tag. Und dann gehen wir mal die Bank überfallen. Aber, aber trotzdem, das ist, muss man nutzen. Hab ich eigentlich nicht vor. Wir wollten ein bisschen sweeter, aber wir sind gerade über den Straßen gegangen, haben DVDs und so verteilt. Wir haben jetzt vor 83 Millionen DVDs und Flyer und so verteilen. Haben mit ganz Deutschland was mitbekommen. Wir können ja gleich mal, ich nach, wir beten erstmal. Assalamu alaikum. Das ist unsere Friseur. Masha Allah. Du bist ja Friseur. Vielleicht brauche ich mal Frisur, aber bei mir kann man nichts mehr besser machen. Bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Nimm mal. Nimm mal, Bruder. Inshallah, Bruder, ich wünsche euch was. Wir kommen, wir kommen nach dem Gebet nochmal, da könnt ihr noch ein paar DVDs nehmen. Inshallah. Assalamu alaikum, Bruder. Ja. Was ist das cool? Ja. Geh mal auf die Seite, geh mal auf die Seite. Hey, Achim. Oh, gesühmt. Wo ist die Moschee? Hallo. Ja. Ja. Wo ist die Moschee? All inshallah. небeser Mensch. Ey, was ist das? Ja. Inshallah. Inshallah. Ahimda Allah. Inshallah. Inshallah. Das ist unsere kleiner Moschee Majokanische Muschee. Bist du Marokkaner? Ja. Alhamdulillah. Salam alaikum. Hier könnt ihr mal gucken, was ihr haben wollt. Hier zum Beispiel. Zum Hören oder zum Kanschauen? Nein, zum Sehen. Das ist alles DVD. Hier Hadiths über die Wege zu guten Taten zum Beispiel. Ja. Und dann auch für Nichtmuslime. Wenn ihr zum Beispiel Nichtmuslime gebt habt, ich hab was? Ja. Was ist von ihnen eins? Inshaallah. Die meisten Menschen hier empfehlen. Islam und Verstand. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Ohne Quatsch. Wirklich. Das ist echt ein richtig wichtiges Thema. Wir haben ein Ziel. Komm, wir gehen mal vorne zu den Brüdern. Sonst alles okay bei euch. Alhamdulillah. Super. Ja, ja, ja. Salam alaikum. Alhamdulillah, bestens. Alhamdulillah. Wie geht's? Alles klar bei dir, Bruder. Hast du Nichtmuslime bei dir, die Informationen brauchen? Ne, ob du Nichtmuslime hast, die Informationen brauchen, die du kennst. Weil wir haben, weil wir haben hier DVDs. Ganz viele. Wenn du jemanden hast. Hier zum Beispiel, wenn du einen Nichtmuslim kennst oder so, dann schenk ihm das. Ich hab mal ein gutes Geschenk für dich. Danke sehr, Bruder. Wo kommst du her, Bruder? Auf Wiedersehen. Ah, Mlech, Mlech. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Das ist eine coole Stadt hier, Frankfurt. Ja. Nur coole Leute. Endlich mal wieder normale Leute. Alhamdulillah. Ja. Dieser Mann möchte mit dir reden. Ja. Assalamu alaikum. Ja, alles Bestens. Danke. Und selber? Inshallah. Möge Allah dir alles Gute geben. Dies als und jenseits. Inshallah. Inshallah, Bruder, man hört sich. Inshallah, ne? Ich wünsche was. Ich sag Allah auch heran. Inshallah. Assalamu alaikum. Dock den. Assalamu alaikum. Bulla, geh mal auf die Seite, er will reinfahren. Assalamu alaikum, Bruder. Inshallah. Achi. Achy, hör mal. Wo ist der Bruder von der Universität? Hier, hier. Achy. Der meinte, die Universität ist nicht weit von hier entfernt, der meinte, da soll man vorbeigehen. Also viele Muslime und so. Ist das eine gute Idee, oder nicht? Oder meinst du nicht? Wie weit zu Fuß? Assalamu alaikum. Das fällt einfach raus. Und läuft, Mashallah. Hast du Beton gefressen, Mashallah? Wie bist du? Alhamdulillah, super. Alhamdulillah. Wie geht's euch? Alles okay? Alhamdulillah, danke. Hör mal, Bruder, wenn ihr noch was nehmen wollt oder so, ich hab hier richtig viele Sachen und so, könnt ihr mal gucken. Richtig viele, hier Jesus, die Botschaft von Jesus und so. Weil wichtig ist, guck mal, man will oft mit Menschen über Islam reden. Und es ist schwierig ins Gespräch zu kommen. Und die haben auch vielleicht keine Zeit. Vielleicht schämt man sich auch. Aber so, das ist einfach. Man kennt zum Beispiel einen Freund, der sagt, bitte schön. Geschenk, kostenlos. Ach, Geschenk, das ist aber nett von dir. Versteht ihr deswegen? Assalamu alaikum, wie geht's? Alles okay? Hier wird schön, die Botschaft von Jesus und Mohammed. Und sonst, alles okay bei euch, Bruder? Alhamdulillah. Achhi, sollen wir mal zum Dings gehen, zur Uni? Wie weit ist das? Sieben, acht Minuten. Achhi. Zu Fuß? Problem ist, dass die Zeit so. Das ist das Problem, wir haben das hier auf der Zeit. Ja, ja, Problem ist, dass die Zeit so begrenzt ist. Hey, nicht Auto klauen, ne? Ach, ja. MashaAllah. Da ist ein Stück drin. Alhamdulillah. Ja, was machen wir? Zu Fuß in acht Minuten gehen, ja? Ja, Bruder, das ist echt zu kompliziert. Ja? Seid ihr mit dem Auto hier dann? Ja, Bruder, aber wir haben jetzt gesagt, das wäre zu Fuß oder sowas. Das ist aber jetzt aus der Straße, Mann. Zu Fuß in so ein Viertelstuhl. Bruder, guck mal, wir machen das einfach ein andermal, inshallah. Achhi, nicht, dass es jetzt sauer ist. Ich meine aber nur ... MashaAllah, gute Jungs, MashaAllah. Dort ist eigentlich viel mehr los, weißt du? Kommst du auf Afghanistan oder? Ja. Alhamdulillah. Ja, wie gesagt, Bruder, wir müssen gucken nachher. Wir müssen jetzt wirklich um die Stadt gehen, inshallah. Ich komme mit euch. Ja, inshallah, super, inshallah. Bruder, ich wünsche euch was, ne? Man sieht sich, ne? Inshallah. Assalamu alaikum. Normalerweise müsste ich länger mit euch bleiben, aber ihr wisst ja. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ich hoffe auch für Jannah, inshallah. Inshallah. Nasser Allah'in Yudkhila in Al Jannah. Ameen. Inshallah macht's gut, Bruder. Wo ist der Chef hier? Ach, da vorne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alla maaikum, inshallah. Assalamu alaikum, inshallah. Assalamu alaikum, inshallah. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Bist du mir hier in die Zahl? Ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Neue Schwalzen.